Hasta la ma, hallo Muchachos und Hakuna Bon Reis. Tschüss, wir haben Startzeit zu einem weiteren Video hier bei den Losers. Wir haben ja in einer letzten GTA-Folge mal angeschnitten, dass wir euch in Zukunft mal kleinere Update-Videos bringen wollen. Und zwar unsere Channels betreffen, wenn es da was Neues gibt. Oder auch Marvin und mich, so privat. Einfach mal, wenn wir was Neues haben, damit ihr auch auf dem neuesten Stand bleibt. Und jetzt haben wir das erste Video. Und das betrifft jetzt erstmal... Das betrifft jetzt erstmal unseren Main-Channel. Wir haben nämlich einen Partner weniger, nämlich Instant Gaming. Von Instant Gaming haben wir uns jetzt getrennt, beziehungsweise auf beider Seiten quasi beruhend. Es gibt auch erstmal keinen neuen Partner. Partnerschaft mit Instant Gaming war aber super nice über viele Jahre. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Vier oder fünf Jahre sogar. Mindestens vier, fünf Jahre. Ich glaube, 19 hat es angefangen, vielleicht auch 18 schon. Sehr, sehr lange Partnerschaft, sehr coole Partnerschaft. Danke erstmal an Instant Gaming für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren. War auch mega nice, war mega cool, dass wir so viele Aktionen machen konnten. Auch sehr, sehr häufig auch in den Livestreams an euch. Dann Games verlosen konnten, Spiele-Keys verlosen konnten, Konsolen auch teilweise und sowas. Mega cool. Aber die Partnerschaft ist jetzt erst einmal beendet. Und es kommt auch, wie gesagt, keine neue nach fürs Erste. Das heißt für euch weniger Werbung unter unseren Videos. Genau, supportet die Jungs auf jeden Fall weiter. Und ansonsten ist das Video so ein bisschen inspiriert, so wie unsere ersten Vlog-Videos, die so ein bisschen gechillter waren, wo man mal ein bisschen frei Schnauze erzählen konnte, was gerade abgeht. Übrigens, ich werde euch heute auch noch was richtig Heftiges erzählen, aber wir bleiben erstmal so bei den Neuigkeiten. Und ich werde euch auch mein neues Aufnahmeset-up zeigen. Das wird auch sehr, sehr geil. Schockgüsel. Schockgüsel würden manche sagen. Also ja, Instant Gaming, schön zusammengefasst, cooler Partner, also supportet die Jungs weiter. Zweites großes Thema, was bei uns immer so ein On-Off-Thema ist, wie so eine Beziehung, die immer On-Off ist, ist so ein bisschen das Short-Thema. Da haben wir immer mal wieder auf TikTok, Instagram, YouTube so kleinere Videos. Und dann gibt es wieder ein paar Monate Pause. Da sind wir nach wie vor noch so ein bisschen in der Selbstfindung, würde ich sagen. Ja, es ist nicht so einfach, sowohl TikTok als auch Instagram und YouTube Shorts irgendwie regelmäßig mit Content zu beliefern. Wollen wir allerdings wirklich hinkriegen. Wir sind gerade dabei, zu versuchen, da jemanden zu finden, der coole Clips zusammenschneidet aus Livestreams und aus unseren Videos. Aber auch gar nicht so leicht, dass dann da am Ende die Qualität stimmt, dass der Humor so ist, wie wir ihn gerne haben wollen und so. Aber wir versuchen es, falls ihr da Bock drauf habt, falls ihr euch da seht, im Memes-Schneiden von den Losors, dann könnt ihr euch gerne melden. E-Mail-Adresse packen wir unten rein. Und ja, also jedenfalls, die Channels sind auch verlinkt, Muchachos. Es gibt Losor-Reels auf Instagram. Es gibt uns auch auf TikTok. Ich weiß gar nicht, glaube ich, da heißen wir nur die Losors. Genau. Auf TikTok. Und natürlich auf unserem Main-Channel. Und auf den Ziegler kommen, glaube ich, auch schon Shorts. Ja, also da auf jeden Fall sollen regelmäßig Shorts kommen. Und wir versuchen das jetzt hinzukriegen, dass es dann auch auf längere Zeit klappt und nicht wieder nur für ein paar Wochen. Ja, das war also noch in der Selbstfindung. Da wird sich aber, denke ich mal, in den nächsten Wochen noch was tun. Es wird sich allgemein so in den nächsten Wochen auch, was die anderen Partner betrifft, auch noch mal ein bisschen was ändern. Dazu aber dann vielleicht irgendwann mehr. Wie gesagt, da halten wir euch jetzt einfach immer auf den... Kommt da einfach schon das nächste Infovideo auf euch zu? Ist wahrscheinlich. Aber es sind erstmal so die Sachen, die uns gerade so beschäftigen. Instant Gaming und das Short-Thema. Und was euch wahrscheinlich auch noch beschäftigt, ist mein Aufnahmezimmer. Und da gehen wir jetzt hin. Es ist wirklich schon etwas länger her, dass ich hier zu Hause bei mir gefilmt habe. Aber ich habe gesagt, ich zeige euch mein neues Zimmer. Habe ich nämlich alles so ein bisschen umgestellt. Ihr habt ja gehört, ich wollte mal den Nachbarn einen Gefallen tun und mal so ein bisschen mit Lärndämmung arbeiten. Das habe ich natürlich gemacht. Habe dann direkt mein ganzes Zimmer umgestellt. Aber wie es genau aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, Muchachos. Das ist mein neuer Arbeitsbereich. Geh mal hier rein. Als Raumtrenner haben wir hier einen Kleiderschrank. Einmal den Vorhang zur Seite. Und so nehme ich jetzt auf. Wir haben hier erstmal den Akustikvorhang. Der wiegt pro Quadratmeter 1,4 Kilo. Also ist ein richtiges Brett. Da oben die Stange, ja, die biegt sich auch schon so ein bisschen. Und das ist so die erste Sache, die ich mit eingebaut habe, um so ein bisschen so ins Innere der Wohnung abzuschirmen. Dann haben wir hier Akustikpaneele. Die bringen aber nicht ganz so viele. Da haben ganz viele im Stream schon gefragt. So, ja, schön, dass du da was machst, was richtig was bringt. Hoffe ich zumindest, sind diese Schaumstoffe an der Wand. Das ist Ester-Schaumstoff. Und vier Zentimeter dick habe ich an so einer Holzwand einfach an die Wand gepappt. Und da oben, das hat mir noch Amazon empfohlen. Beziehungsweise eher das Fraunhofer-Institut. Noch so ein bisschen die Decke abgehangen, damit der Schall auch nicht so hier oben rausgeht. Vom Setup selber hat sich wenig getan. Ich habe immer noch meine drei Monitore. Der ist ja seit Stunde eins eigentlich schon kaputt. Habe hier mein OBS-Programm. Hier natürlich das sexy Mauspad. Muchachos gibt es natürlich bei uns im Merch-Shop. Und dann nehme ich hier Platz. Und dann zocke ich hier. Und so sieht es aus, wenn ich aufnehme. Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden. Ich hätte nämlich gerne noch ein bisschen mehr Lichtspiel. Das heißt, hier in der Ecke vielleicht noch so ein Custom-Made-Lichtschlauch, wo Loser draufsteht. Oder Gaming oder irgendwas in der Art. Ich habe ja hier, da seht ihr es schon, ein bisschen im Wechsel so einen kleinen LED-Schlauch. Aber der kommt nicht so wirklich durch. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall noch was machen. Also optisch kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Akustisch auf jeden Fall schon viel, viel besser geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Nachbarn wirkt. Ja, vier Zentimeter Ester-Schaumstoff bringt hoffentlich so ein bisschen. Aber ihr habt ja gesehen, ich arbeite hier auch mit dem Akustik-Vorhang. Denn meine Frau wird jetzt in nächster Zeit öfter zu Hause bleiben. Denn, Muchachos, jetzt kommen wir zur krassesten Story. Ich werde Papa. Ich werde euch nicht das genaue Datum nennen, aber ich kann euch sagen, das Baby wird im ersten Quartal kommen. Und deswegen haben wir hier hinter mir übrigens auch den Kleiderschrank. Da sind nämlich schon die ganzen Babysachen drin. Hier seht ihr es vielleicht auch schon so ein bisschen. Das ist unser Beistellbett. Hier haben wir noch eine Wickelkommode. Und wenn wir den mal aufmachen, dann haben wir hier schon so ein paar Sachen drin. Hier sind aber eher die ganzen Babysachen. Dann haben wir unten schon. Hoppala. Haben wir den Kinderwagen. Dann haben wir noch eine Babywanne. Und sonst sind wir gerade dabei, hier so ein bisschen zu waschen, um das alles nochmal sauber zu machen, bevor wir das Kind dann geben. Und ja, schon ordentlich Babyklamotten eingekauft. Das wollte ich euch jetzt auch endlich mal mitteilen, Muchachos. Ja, Papa Bossa wird wirklich Papa. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde den Kleinen auf jeden Fall nicht in Social Media zeigen. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber wenn es soweit ist, werdet ihr das in irgendeiner Art und Weise natürlich auch schon mitkriegen. Wie das genau vonstatten läuft, ob sich da irgendwas ändert, wenn das Baby dann da ist, das werden wir euch dann noch mitteilen. Wir haben da noch nicht alles zu 100% durchgequatscht. Aber Videos wird es auf jeden Fall weiterhin geben, auch wenn ich so ein bisschen in meiner Elternzeit bin in der ersten Phase. Aber ich gebe euch da auf jeden Fall nochmal Bescheid. Also Muchachos, das sind die Nachrichten. Ich freue mich, euch das endlich mitteilen zu dürfen. Und ja, Daumen nach oben ballern. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bis dann, reingehauen. Bis dann, reingehauen.